Welcome back, liebe Mantra Community. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich für euch das Sarasvati Ma von Janine Devi. Dafür braucht ihr folgende Akkorde. D-Moll C-Dur G-Dur F-Dur A-Moll und D-Dur und eine Menge Puste. Okay. Alles parat? Dann lass uns doch mal starten. Sarasvati Ma Sarasvati Mah Sarasvati Mah Sarasvati Mah 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020